Das ist ja mal geil bei Küscherl auf dem Stand. Seitenteile aus Makronom, diesen lichtssammelnden Kunststoff, das kommt gar nicht unter. Wie hell das ist, absolut genial. Küscherl haut echt auf den Putzdesign technisch mal wieder. Kuhle Felgen, auch hier geil, geil, geil. Euch mal diese Beschichtung. Wie ist das? Das ist doch was. Ist doch richtig geil. Ich will das haben. Das ist schon in Chrom mit Sprichstücken hier auf. Alles, guck es euch an, glanzchrom. Absolut geil. Die neue Design-Serie von Küscherl. Und das bist du. Das ist doch hier irgendwie für die Messe dahin gezaubert. Nein, Abspätzerne Harz zu haben, auch für schon vorhandene Stühle. Die will ich haben. Die kommen an meinen Stühlen.